So Freunde, was geht? Werde fehlt eins. Heute spiele ich mit der Hurt. Geiler Spawn, die Runde wird noch richtig ausgekostet. Oh, vielleicht holen wir hier sogar noch einen. Der ist da. Wo ist er hin? Den holen wir uns weg. Drei Tickets noch, Leute. Der auch noch. Boah. Heftige Killstreak hier am Laufen. Ein Ticket noch. Schade. Schatten des Giganten oder Walter Gon? Boah, da sind sie ja hyped auf Schatten des Giganten, Leute. Habe ich Ewigkeit nicht mehr gespielt. Keiner Bock auf Walter Gon. Geil. Nebel. Erstmal rein chargen. Ein paar kommen doch bestimmt da. Oh ja, da kommen auch schon welche. Perfekt. Da wird doch schon reingetubt. Der Sniper. Dafür ist die Hurt halt mega geil. Was macht der denn da? Boah, wie still die hält. Oh, hi. Ja, hoch hier, hoch hier. Nein, Hurt. Hinter mir auch noch. Okay, erst dann. Boah, ich dachte, ich hätte viel mehr Munition. Oh, hier ist einer. Kommt er. Eigentlich ist die Hurt auch... Ich weiß jetzt. Mir ist gerade aufgefallen. Ich habe auch nur ein 25er Magazin. Im Gesamten ist sie eigentlich wirklich ziemlich scheiße. Oh, er ist dahinter. Ähm, sie hat ein kleines Magazin. Sie hat eine kleine Feuerrate. Sie macht keinen großen Schaden. Kommt er hier? Oh, Leute. Aber sie ist halt trotzdem irgendwie übertrieben nice. Sie macht mega viel Spaß. Das Spiel, das Feeling bei der ist irgendwie nice. Auch wenn sie im Vergleich mit anderen Waffen eigentlich ziemlich kacke ist. Oh, da ist noch ein Sniper. Oh, perfekt. Sie nehmen wir eh schon ein. Hier sind sie. Jetzt hier kommen. Durch hier, durch hier, durch hier. Oh, rechts auch noch da hinter der Mauer. Hier hinter ist auch noch einer. Und noch einer. Oh, nice. Da ist noch einer. Nicht weglaufen. Bleib stehen. Aber hier rechts ist, glaube ich, auch noch einer. Müssen wir Pistole nehmen. Okay, jetzt nicht. Wann ich, ob ich es noch schaffe, das Ding hier nachzuladen. Bevor der kommt. Okay, der hat mich jetzt auf jeden Fall gehört. Ich meine, ich nicht den, sondern... Auch nicht den, sondern... Oh, erstmal nachladen. Sondern den Kollegen hier. Oh, Alter. Aber... Oh, hinter mir auch noch. Oder? Der war doch da. Und noch eine Kugel. War hier nicht einer? Hier gönnt euch Muni, Leute. Ihr habt mich gerade supergeil mit Medikits versorgt. Hier, fangen! Auch noch... Nein, 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 Sniper. Mate, Medikits wäre supergeil. Oh, nein. Hol ihn dir, hol ihn dir. Ah, shit. Er geht auch down. Jetzt hier alleine mit der... Fucking... Ja, AD, AD kann ich auch. Alleine mit der... Mit der Hurt jetzt hier durch. Gegen... Ah! Okay, er hält mich wieder. Er ist richtig guter Medik, hier, der Bellic. Ich grüße ihn raus an dich, Mate. Du machst deinen Job richtig gut. Hier, fassen wir mal nicht, John. Da kommen immer direkt die Medikits. Wo ist er denn? Nee. Man kann ihn nicht treffen. Warte, dafür habe ich doch den... Nee. Bellic! Er hat Kids. Hä, warum habe ich denn jetzt... Aber WTF? Die Sherpa, das Bombe habe ich als Safe nicht gesehen. Und der spielt halt mit Zoom. Martini-Henry mit Zoom. Okay, Leute. Jetzt gibt es Martini-Henry-Action. Hitmarker. Oh, Gas. Nein, weg. Hat der denn Minen gelegt? Oh, Gas. Ich glaube, noch ein zweites Mal rein. Oh, Bellic. Oh, hinter mir. What? Der dreht. Also, komm. Dass hier keiner ist, ich glaube das kaum. Aber irgendwie... Scheint hier wirklich keiner zu sein. Oh, hier kommt einer. Irgendwo. Oh, mein Gott. Okay, ist aber sonst auch keiner. Ohne Sherpa-Drepp-Bombe. Oh, den kann man hitten. Oh, den auch. Oh, Martini-Henry bockt eigentlich auch. Wäre da nun mal kein Zoom drauf, Leute. Oh, dann würde ich so... WTF? Ich habe keinen Leuchtfackel mehr. Okay, hoch da. Boah! Sieht irgendwie nice aus. Das musste ich feiern. Ich sollte hier weg. Oder unten ist einer rein. Hi. Okay. Bei B sind sie gerade. Hinter... Oh. Was war das? Von wo kam das? Oh, von da oben irgendwie. Von da. Irgendwo da auch noch. Ich sehe den nicht gut. Okay. Jetzt muss ich mich halt echt hier ein bisschen rein konzentrieren. Wenn ich Martini-Henry spiele. Und langsam wäre auch, glaube ich, ein bisschen Muni nice, Leute. Oh, das war drauf. Also anscheinend nicht, weil sonst hätte ich ja getroffen. Aber Muni wäre halt wirklich... ...grad echt... ...relativ... ...wäre das eine nice Sache. Okay. Ist das Gas? Okay, jetzt bin ich ripp. Oh. WTF? Ich habe den gar nicht gesehen. Alter, Bellic ist... Ne, ist ein deutscher Wombe. Schreibt er mir auf Englisch rein. Okay, weiter geht es mit der Huard. Schade, ich wollte eigentlich... ...schönes, geiles Huard-Gameplay raushauen. Aber irgendwie... ...habe ich die halbe Runde mit dem Martini gespielt. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, dann ballert auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ein Like raus. Ich danke euch für einen heftigen Support. Dickes Danke geht raus an euch, Leute. Vielen Dank. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss.